hallo freunde der sonne das video mache ich für all diejenigen die der wahl in den usa folgen beiden wird gewinnen das war nicht nur die prognose sondern auch meine rechnung der don trump hat irgendwie sich geirrt heute morgen hat sich zum sieger erklärt es ist so dass er die briefwahl nicht akzeptiert ist aber gesetzlich so vorgesetzt oder festgelegt und es ist so joe beiden hat offensichtlich in wisconsin gewonnen erinnert sich sicherlich nicht mehr viel 0,7 prozent vorsprung michigan 96 prozent ausgezählt da ist auch offensichtlich dass der beiden gewinnt jetzt ist der springende punkt oder der strittige punkt noch nevada hier sind wir bei 67 prozent das ist die google grafik 0,6 prozent vorsprung bei 67 prozent auszählung bei web.de sind sie weiter da haben wir für nevada 86 prozent und nicht 67 und bei 86 prozent auszählung ist der beiden immer noch mit 0,6 prozent vorne er wie sona hier noch grau eingezeichnet ist bei google schon blau seine definitionssache aber man kann sehen der vorsprung ist groß genug dass der beiden das hält der trend ist ja auch so dass jetzt die briefwähler vor allem ausgezählt werden also wenn sich da noch was ändert dann wohl eher zugunsten von beiden was hat trump trump hat alaska auch wenn das noch nicht wirklich ausgezählt ist das kann man wohl sagen dass der trump dort gewinnt georgia da erinnert sich wohl auch nichts mehr north korel einer hat trump pennsylvania dürfte der beiden nicht mehr erreichen auch wenn es noch 22 prozent ausstimmung auszählung ist selbst wenn das jetzt überwiegend briefwähler sind die demokratisch gewählt haben ich glaube dass das eigentlich so bleibt denn es gibt ja auch republikanische briefwähler er hat also pennsylvania north korel einer georgia und alaska und wenn man das alles so nimmt wie es ist dann kommt man auf 271 für beiden und dort waren 267 donald schwamp möchte dass die briefwahlen gestoppt werden das ist aber gesetzlich vorgeschrieben da kann er nichts dran ändern wenn er zum obersten gerichtshof ziehen will was er momentan verkündet also die engel haben mir gesagt er wird entweder keinen erfolg haben oder ist gar nicht erst versuchen ich glaube letzteres also man kann schon erwarten dass der trump jetzt noch irgendwo klagt das war 2016 ja auch ähnlich gelegen es gab bei jeder wahl eigentlich in den usa immer irgendwie so etwas und wahrscheinlich wird es so wie 2016 verlaufen dass erst im dezember alles klar ist und die amtsanführung wäre ja auch erst im januar da bleibt also ein gewisser spielraum und ich denke aber dass es keine größere auseinandersetzung mehr hinsichtlich der rechtssprechung gibt und dass ich kommt eben am ende doch dem hingibt aber dann gibt es in zwei bis drei wochen so haben die engel ist mir gesagt proteste und das liegt ja schon in der luft ja da wird auch gewiss von trump sehr viel darauf hingearbeitet werden dass man da eben auch diese trump proteste erleben wird von den trump anhängern die das setzt als manipulation wahrscheinlich dann wahrnehmen was hier gelaufen ist an irgendeiner stelle da bin ich sehr gespannt darauf wie sich das entwickelt was trump da so an botschaften entzenden wird